So, willkommen zu diesem Video. Mich hat eine Frage auf Facebook erreicht, die ich natürlich gerne beantworten wollte und vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen auch interessant sein könnte. Gerade wenn ihr Wissen ansammeln wollt, wenn ihr vielleicht auch ein Buch schreiben wollt oder ähnliches, dann könnt ihr das vielleicht so die einen oder anderen Tipps für euch mitgeben. Denn die Frage war, wie lerne ich? Liest du einfach nur oder schreibst du dir das raus? Hältst du dein Wissen in einer Mindmap fest und so weiter und so fort? Wie schaffst du es, so ein enormes Wissen zu behalten und so weiter? Und man muss erst mal sagen, dass ich nicht alles auf einmal auf Anhieb weiß, definitiv nicht. Aber ich weiß, wo ich suchen muss und ich weiß, wo ich das irgendwie schon mal gesehen habe, wenn ich irgendwas vergessen habe. Also wenn mich irgendjemand fragen würde, nennen mir alle Schritte von der Glucoseaufnahme bis hin zur Pyruvat, was weiß ich nicht was, Verstoffwechslung, dann könnte ich das mit Sicherheit nicht, aber ich weiß direkt, wo ich eben nachgucken kann. Und das ist ja eigentlich das, worauf es am Ende ankommt. Du musst also nicht alles wissen, sondern du musst nur wissen, wo du es finden kannst. Das ist so mein Motto und dementsprechend weiß ich definitiv nicht alles, aber ich kann eben relativ schnell immer nachgucken, weil ich die Sachen mir so zurechtlege und weiß, wo ich sie gelesen habe. Das ist so immer die Grundintention bei der Arbeit von mir. Also Workflow optimieren, das ist so mein Steckenpferd. Das bedeutet, auch bei Firmen und egal wo ich arbeite, ich versuche immer, die Arbeitswege möglichst kurz zu halten, dass es eben keine Zeit braucht, um irgendwas abzuarbeiten, dass man nicht so lange rummachen muss, dass vieles sehr automatisch geht. Das kennt ihr von meiner Excel-Tabelle, von der Food Control. Das heißt, wenn man da was eingibt, wird alles schon automatisch angezeigt und man muss gar nicht so viel machen wie jetzt auf dem Handy oder sonst was mit der anderen App. Und dementsprechend kennt ihr mich, die Arbeit zu minimieren, damit man eben mehr Zeit für andere Dinge hat. Das ist eben eine große Sache. Also, es war die Frage nach der Mindmap. Ja, die mache ich auch. Es gibt beispielsweise hier so Online-Möglichkeiten mit, wie heißt das, Draw.io. Seht ihr hier oben jetzt auch drin. Da könnt ihr beispielsweise richtig gute Mindmaps hier erstellen, irgendwelche Diagramme in verschiedener Art und Weise. Und da mache ich dann gerne was mit Leuten, mit denen man vielleicht kooperiert oder ähnliches, die dann eben keine Programme zur Verfügung haben. Damit kann man eben sehr gut arbeiten. Das heißt, wenn ihr dann ein gutes Programm sucht, könnt ihr das beispielsweise nutzen. Ansonsten nehme ich auch für Bücher, die jetzt beispielsweise kommen oder die ich schon geschrieben habe oder irgendwelche anderen Videos, nehme ich dann eben auch Mindmap-Softwares, weil es hier eben auch möglich ist, die Sachen zu exportieren in eine Textdatei oder ähnliches, je nachdem. Und wenn man das in so einer Mindmap alles organisiert, wenn man ein Buch schreiben möchte beispielsweise und das so organisieren kann, dann weiß man direkt, okay, hier habe ich diese Punkte, die Punkte und dann kann man ein bisschen intuitiver und ein bisschen besser und schneller arbeiten und hat alles so ein bisschen mehr im Überblick. Heißt also, hier habe ich jetzt das nächste Buch, was dann vielleicht kommt, über Laufleistung oder sportliche Leistung generell. Dann geht es dann um die Punkte Lauf, Ökonomie, Ernährung, Grundlagen, Ausdauer, VO2, Max und so weiter. Plus die Unterpunkte dann dazu und dann kann man sich eben auch zu den einzelnen Punkten hier Notizen machen in irgendeiner Form. Die hat man dann und da seht ihr hier rechts dann und kann das dann quasi exportieren und das automatisch dann als Word-Datei, die automatisch diese Punkte auch schon unterteilt hat. Das heißt, Punkt 1 ist dann eben, oder die große Überschrift ist Laufleistung, Punkt 1 ist dann Grundlagenausdauer, Punkt 2 ist dann Ernährung plus die Unterpunkte, Punkt 2, Punkt 1 ist dann eben Supplemente und so weiter und so fort. Und so hat man dann schon am Ende mit den Texten dabei, die man hier als Notiz hat, hat man dann eigentlich schon rein theoretisch ein Buch, was man so veröffentlichen könnte und das über eine Mindmap erstellt, ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man das so macht. Aber gut, wenn ich dann auch Bücher schreibe, dann muss das Ganze auch EPUB-mäßig, also für online angucken und ja, irgendwelche, wie heißt es, E-Books und so weiter, E-Book-Reader. Gibt es auch unterschiedliche Programme, mit denen man das machen kann. Man kann alles natürlich auch mit Word machen, mit OpenOffice und so weiter. Ist auch kein Problem. Man muss nur sehr, 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 meine ersten Bücher habe ich eben auch da mit Word geschrieben. Man muss sehr auf die Formatierung achten, dass man da eben wirklich in der nächsten Reihe nicht Enter drückt, sondern Shift und Enter und den ganzen Kram dabei, dass man Seitenumbrüche ordentlich macht. Man muss sich das dann anzeigen lassen. Und da nehme ich dann Software, die eben beispielsweise dafür geeignet ist, das Ganze ordentlich zu machen. Scrivener hier zum Beispiel. Es gibt aber auch viele andere Programme, die das machen. Da hat man eben hier eine Übersicht quasi von den ganzen Sachen, kann hier alles rein speichern. Und wenn man das exportiert am Ende, das wird eigentlich runtergeschrieben, ohne dass man irgendeine Formatierung beachten muss. Das heißt, man schreibt hier einfach nur runter. Und die Formatierung, die wird dann am Ende quasi fast automatisch gemacht. Das heißt, hier achtet man relativ wenig auf Formatierung. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil ich das einfach nur reinkopiert habe. Aber ansonsten sind solche speziellen Schreibprogramme für Bücher nicht verkehrt, da sie automatisch schon eben ins richtige Format übertragen, damit man es überall lesen kann. So, dann gibt es natürlich für die wissenschaftlichen Dinge zum Sammeln gibt es hier Citavi beispielsweise. Beispielsweise gibt es aber auch Open Source, wie heißt es noch? Bei Mindset, nicht bei Mindset, bei der Sache mit der Mindmap gibt es dann auch Free Mind und so weiter. Bei Citavi habe ich jetzt gerade im Kopf vergessen, wie die Alternative heißt. Das gibt es aber auch für bis zu 100 Quellen, glaube ich, kostenlos dieses Programm. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich eben in meinen Büchern deutlich mehr Quellen habe. Also ich habe ja hier schon irgendwie so 4000 drin oder was auch immer. Und dementsprechend ist das natürlich groß. Man kann hier natürlich auch alles unterteilen, polarisierendes Training, alle Studien, die ich dazu gesammelt habe, überträgt man einfach hier. Dann gibt es dann Add-on für Firefox und Chrome und so weiter, wo man dann einfach, wenn man hier oben die DOI-Nummer sieht, dass man dann einfach da draufklicken kann und dann übernimmt Citavi das automatisch hier. Dann kann man auch die PDFs dranhängen und alles, was man eben gerne möchte und kann hier drin eben gut arbeiten. Man kann sich hier drin Sachen markieren, man kann die PDF hier drin bearbeiten, kann Zitate rausschreiben, solche Dinge. Das macht man dann alles mit Citavi zum Beispiel oder eben mit irgendwelcher kostenlosen. Wenn ihr Alternative Citavi einfach bei Google einkriegt, kriegt ihr wahrscheinlich schon als erstes die kostenlose Alternative auch vorgeschlagen. Ja, damit sammle ich ja dann eben das Wissen. Damit mache ich dann auch online natürlich einige Sachen, wenn ich so einfach unterwegs bin. Also die Tabelle kennt ihr wahrscheinlich auch schon, Quellen und Studien, wo dann auch andere kurz mal nachlesen können, wo man Sachen sammeln kann. Hier geht es dann auch eben alle neueren Studien, Ketogen und Gesundheit, die schreibe ich mir hier raus. Versuche dann eben so das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, ein paar andere Sachen dazu zu schreiben, ein paar Infos dazu zu schreiben. Und irgendwann ist es so, dass man eben einfach so einen Überblick hat über das, was die Studienlage eben so sagt und nicht sagt. Und dann kann man viele Sachen schon relativ schnell einschätzen. Wenn jetzt irgendwas kommt, was außergewöhnlich klingt, beispielsweise, was weiß ich, Sonnenblumenkerne können jetzt Krebs heilen oder so. Also dann guckt man ein bisschen genauer hin, schaut dann eben rein, was wurde denn wirklich gemacht und weiß eigentlich schon relativ schnell, okay, der ganzen Sache ist vielleicht doch nicht zu trauen, weil hier einiges falsch gelaufen ist. Ansonsten, wenn man Wissen sucht, kann man natürlich bei PubMail suchen, ist natürlich auch ganz klar. Oder man macht es mit hier Open Knowledge Map und da kann man jetzt eingeben V2 Max oder ähnliches und dann durchsucht diese Webseite die verschiedenen Datenbanken und versucht die alle so ein bisschen zu ordnen. Das bedeutet, es geht dann um Bereiche V2 Max, was weiß ich von mir aus Krafttraining, V2 Max Ausdauer, V2 Max bei älteren Leuten, V2 Max bei Übergewichtigen und so weiter. Und diese Seite hier versucht das Ganze so ein bisschen zu orten, ist glaube ich auch hier ein Projekt, was auf Unterstützerbasis eben läuft und das Ganze dauert eben, wie ihr seht. Und jetzt hat man hier eben, wie ihr seht, verschiedene Bereiche, wo man eben dann gucken kann, okay, was passt so ungefähr zusammen. Also hier geht es vielleicht um kardiovaskuläre Sachen mit V2 Max, also wie kann man das vielleicht verbessern. Interessiert mich jetzt in der sportlichen Leistung vielleicht nicht, aber hier unten, Anerobe, Aerobe, Power und sowas, was kann ich daraus lernen? Dann klicke ich da eben draus und kann eben gucken, welche Studien sind hier ähnlich und kann mir die dann eben dann angucken, ob das für mich relevant ist. Also sowas kann man dann eben auch sehr gerne nutzen. Ja, ansonsten, das ist so grundlegend die Sache, wie ich jetzt Wissen anhäufe, wie ich Wissen auch in Schriftform eben niederlege. Also das Wichtigste für mich sind eben solche Dinge wie die Mindmap. Und zum Wissen sammeln natürlich Citavi und andere Sachen, die man dann eben wirklich ordentlich auch runterschreiben kann. Für mich ganz wichtig ist bei der ganzen Sache immer, dass alles schön geordnet aussieht, dass das alles schnell zu, also dass ich überall schnell drauf zugreifen kann. Alles am besten mit einem Blick, mit einem Klick und einem Blick, natürlich in einer Zusammenfassung hier. Heißt also, wenn ich tausendmal rumklicken muss auf 20 verschiedenen Seiten, dann wird mir das irgendwann schon wieder zu viel, dann habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb finde ich dann sowas eben immer deutlich besser. Ansonsten, wenn ich jetzt Sachen online mache oder Leute betreue oder ähnliches, dann geht das eben auch sehr viel über Google Docs. Das heißt, mein Tagebuch schreibe ich gerade mit Google Docs hier für die Marathonvorbereitung. Für die Leute bei Patreon ist das auch schon kostenlos zum Lesen. Die bekommen hier den Link und können das eben dann entsprechend lesen. Und da zeige ich eben, was ich so esse und was ich so trainiere und so weiter. Wird es danach aber auch noch geben. Das heißt, hier kann man das auch sehr schön schon mal ein bisschen strukturieren und runterschreiben. Man muss bei solchen Sachen eben immer wirklich nur daran denken, dass das Ganze ordentlich von Anfang an durchformatiert ist. Das bedeutet, ich benutze dann wirklich auch hier meine Überschriften, Formate, die ich entsprechend zurechtgewiesen habe und formatiert habe. Und solche Dinge, das ist natürlich immer sehr wichtig. Ja, also, ihr wisst Bescheid. Wenn ich jetzt irgendwas suche und ich weiß, ich habe irgendwo mal gelesen, ketogene Ernährung hilft bei Krebs oder so, dann gucke ich eben hier bei Citabi, wo das denn jetzt nochmal war oder möchte irgendwas zu Koffein wissen oder ähnliches. Dann kann ich hier eben nochmal reingucken. Ich erinnere mich halt daran, ach ja, so war das. Habe hier vielleicht ein paar Zusammenfassungen oder sonst was zugeschrieben. Ein paar Sachen rausgeschrieben, dann weiß ich das natürlich auch. Oder man guckt eben hier in der Wissenszusammenfassung, das sind jetzt Sachen, die ich rausgeschrieben habe aus den einzelnen Studien. Und dann kann man eben so ein bisschen immer gucken, okay, was habe ich denn da rausgeschrieben? Was war das nochmal? Wie viel war das nochmal an Koffein oder was auch immer, was ich dann genommen habe? Oder wie viel Protein war das nochmal? Und so behält man dann die Sachen natürlich, wenn man sie auch immer öfters liest. Ja. Und für die News und so weiter habe ich dann hier Feedly. Damit sammle ich eben verschiedene Seiten, den RSS-Feed von diesen Sachen. Und dann guckt dann durch, was dann relevant sein könnte. Erstmal in der Überschrift natürlich, ist hier Sport für das Gehirn gut? Das wäre natürlich interessant. Dann speichere ich mir das für später einfach. Kann mir das später nochmal durchlesen und dann gucken, ob das für die News oder für irgendein Video vielleicht relevant ist. Und kann dann eben hier so schnell durch, kann das abarbeiten und kann dann sagen hier, okay, alles gelesen, jetzt kommt das nächste, bla bla bla, alles schon gehabt, nicht relevant, fertig. Und da kann man eigentlich relativ schnell irgendwann durchblicken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ansonsten bekommen wir natürlich auf, oder bekomme ich natürlich auch auf Discord viel mit. Das heißt, wir haben auch auf dem Discord-Channel hier unten Studien, Wissenschaft, News-Sektionen und und und, wo wir auch sehr viel teilen. Wenn irgendjemand anderes was ordentliches sieht, gibt es auch einige Leute, mit denen ich mich dann eben so austausche. Die schicken mir dann Sachen direkt rüber und dann geht das eigentlich relativ zügig, dass man da von vielen Leuten kollektiv auch das Wichtigste eigentlich immer mitbekommt. Und kann daraus eben gucken, ob man da ein Video macht. Die Leute fassen das auch manchmal eben zusammen, was bedeutet das, was da drin steht und solche Sachen. Und das ist immer eine wichtige Sache. Ja, ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen was gelernt, so wie ich arbeite, wie ich da vorgehe. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch auf den Discord-Channel kommen. Der ist auch drunter verlinkt, könnt ihr euch mit einbringen. Es gibt hier auch viele verschiedene andere Sachen, über die wir uns unterhalten. Ob es jetzt Sport ist, ob es Krafttraining ist, Ausdauertraining ist, ob es jetzt Videoempfehlungen, Bücher sind oder einfach nur Rezepte. Rezepte und ähnliches kann man hier alles austauschen. High-Carb, Low-Carb, vegan, vegetarisch. Ihr seid alle willkommen. Gibt es für jeden was hier. Und ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie gerne und bis zum nächsten Video.